Mein Medienkonsum wird aussehen wie der vieler anderer Menschen auch. Er wird auf mobilen Endgeräten stattfinden, er wird digital sein, er wird dann stattfinden, wann ich das möchte und wenn ich Zeit habe. Er wird mich vernetzen mit anderen Nutzern, er wird mir die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch gleich zu kaufen, zu bestellen, zu teilen. Also das sind so die wesentlichsten Themen, die ich hier sehe und ich denke, das ist eine Entwicklung, die nicht nur mich alleine betrifft. Leider kaum noch Print, also merke ich selber und immer mehr über Smartphone als jetzt über einen Computer zum Beispiel. Welche Skills werden da immer prominenter, welche braucht man immer mehr? Also ich rate, dass wir selber, dass wir halt nicht nur den Algorithmen vertrauen, sondern selber mitdenken und filtern im Kopf, was wir lesen wollen und von wem und dass wir da halt so eine kleine Schleife einbauen und nicht alles blind konsumieren.